Und jetzt kommt da mein Kürpisfeld und wird ja abgeschlägt. Es ist schon recht verschmutzt unten, da muss ich gut waschen und auch hier oben. Man sieht, das ist alles von Krautsamen. Es ist verrückt, aber es ist zwar gut, dass ich da den Flut nehmen kann und runter damit. Und der Tarup, der wird gerade weiter gebraucht im Maschinenring und ich bringe den zu einem Bio-Bauern zum Kurt nach Kirchberg. Da muss ich sehr gut reinigen, damit da nicht noch Unkrautsamen auf der Maschine hängen. Das hat niemand gerne und speziell als Bio-Bauer möchte ich das nicht. Dann wird da Unkraut mit der Maschine geliefert. Jetzt wird der Flut beim Gauer auch sein. Ich habe den Plöttinger viel scharf von Luft angehängt und ich bringe sie erst das zweite Mal. Deshalb muss ich da ein bisschen üben, damit wir da schön hinten entfernen können. Wir haben den, diesen Frühling, zu viert gekauft. Es ist ein Online-Flug und ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Bis jetzt bin ich da nie online gefahren. So, für den Bauhausen ist Feierabend. Es ist jetzt 6 Uhr. Es war ein Morgen weiter. Es ist nicht schlecht gegangen, aber noch selten im November so tropfen geflügt. Das ist etwas, das kann ich mir nicht mehr ansehen. Super.